Was sagen Sie zu der Regelung hier, denn anscheinend da sind keine Schäden, ne, keine Haftung, für Schäden? Alle, die kein Bändchen haben, brauchen unbedingt die Verzerrkarten. Das wollte ich mir schon gesagt haben. Ohne kommt ihr nicht raus. Es sei denn, ihr bezahlt 50 Euro. Dass du mich nachher nicht verklagen kannst, meine Gesellschaft. Zehn Jahre DHM, zehn Jahre Gewalt. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Hör auf! Ich liebe Gewalt. Bitte? Ich liebe Gewalt. Du liebst also gewaltig in den *** zu werden? Das ist alles scheiße. Die Menschen sind scheiße. Ich mach da immer mal, damit ich Merch verkaufen kann und Kohle unterschlagen kann von meinen Bandmitgliedern. Das muss warum nicht das andere machen. Ja, weil anders erwarten wir von dem Zigeuner herauf nicht. Ich hoffe. Gut. Echt? Diese Mutter, du hast mich gut erzogen. Mein Umfeld hat mich schlecht gemacht. Was machst du ja eigentlich? Arbeiten? Nee. Du bist ja also am Arbeiten. Ach, du arbeitest für den Samen. Du arbeitest für einen Zigeuner. Für den Samen. Für den Samen. Von dem Samen. Doch gibts zu. Wer bist du? Wir kennen uns schon. Aber das ist so ein ganz lange her. Da waren wir noch jung und knackig. Wie alt warst du da? Ich weiß nicht mal. 19. 19? Du warst wahrscheinlich noch vernünftig damals. Oder vernünftiger geworden. Bitte? Oder vernünftiger geworden. Wie man das meint. Nee. Heutzutage bist du nicht mehr vernünftig. Zehn Jahre DRM. Zehn Jahre Gewalt. Ihre Meinung? Ja. Du warst weiter so. Ich seh gerade, du hast einen Blinker, wa? Weitere zehn Jahre. Wer hat dir denn den Blinker gesetzt? Ja, der andere sieht ein bisschen schlecht aus. Ich hab deinen Kopf gegessen. Nein. Weitere zehn Jahre Krieg. Wir machen das. Also wir sind jetzt hier. Man erwartet irgendeinen Gruß von mir. Ich kenn mich noch gar nicht aus. Vielleicht können die Jungs hier weiterhelfen. Wie sieht's aus? Ich hab keine Nacken gedacht. Es ist ein Video. Sag etwas cool. Ich kann es nicht sagen. Wie geht's? Wie geht's? Wir machen dich etwas cool. Ich bin einfach cool. Du schießt auf den Samen. Du stehst auf den Samen. Ich kann kommen, wenn das jetzt ist. Nee, leider nein. Bis jetzt hat er noch nichts gegeben. Was? Bis jetzt hat das noch nichts gegeben. Zwischen dem Samen und wie heißt du eigentlich? Samen und ... Äh, wird's auch nicht. Warum nicht? Nee, weil es der Samen ist, weil er so ist. Kennt ihr euch von der Sonderschule, oder? Ey, Alter. Wenn du auf die Presse willst, dann musst du das nur sagen. Kein Problem. Man schlägt keine Kameraträger. Zehn Jahre DRM, zehn Jahre Gewalt. Das Motto für heute Abend. Sehr gute Sonderschule. Gewalt ist immer für die Spiele. Stell dich mal bitte kurz vor. Machst du ein Video, oder? Nein. Wir machen nur Fotos. Bin ich fotografierend? Deswegen mach ich auch einen Film. Bitte. Möchtet kein Foto? Schatzi, schick mal ein Foto. Mann, geht ab. Schrei mal bitte so laut, wie du kannst. Dann bin ich zum Aftenbau, bitte Triff. Ja darum. Was haben wir vom heutigen Abend zu erwarten? Ich hoffe, wir werden unserem Spiel gerecht. Ich bin sehr angespannt. Es ist ein Einspieler, sozusagen. Ich hoffe, die Leute rasten komplett aus. Los Angeles. Ich bin sehr angespannt. 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 Das ist ein Einspieler, also hat mich damals fürs Gehrd zu verraten. Vielen Dank.